Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mungo Blade Warband Floris Mod. Da ich das normale Mungo Blade Warband durch diesen Shader Mod nicht mehr spielen kann, muss ich leider jetzt hier weitermachen. Es tut mir leid, aber es ist sowieso ein bisschen besser als das Hauptspiel. Natürlich auch ein bisschen böser. Kann man nichts sagen, hä? Konugr Ragnar. Well, gut, Drago. Ähä, ich hab doch das Wertige mal. Na gut. Mhm. Das Treiband Hitler ist von, ja. Und wo hab ich das? Näher Ambean. Ambean. Was ist das? Ah, da. Sag doch etwas. Hahaha. Ei, 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 ei. Diese Trottel hauen ab. Gut. Also, muss ich mich ja noch ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht wieder. Also, auf jeden Fall muss ich das wieder hinkriegen, das Woben geht, sonst, ja, ich nervt mich einfach über diesen Mod ein bisschen. Und ich werde sicher noch andere Mods let's playen, gell? Es ist mir alle, er wurde gelootet von Jarl. Turegors Party. Also, wir haben wenig Harpe, deshalb müssen wir schauen, dass wir nicht ins Kreuzfeuer geraten. Die anderen gehen lieber oben. Irgendwas machen. Hm. Ich muss mich vor allem jetzt konzentrieren, hä? Es sind alle dorthin. Die werden uns wieder in den Rücken fallen, hä? Da ich eben nicht so viel Harpe habe, mache ich das lieber vorsichtig und gehe mit denen mit. Ja, Mist. Wir werden wahrscheinlich verlieren. So, wir haben ja zwei Handwaffen genommen. Jetzt müssen wir eine Zweihandwaffe bekommen irgendwie. Sonst sind wir noch nicht so gut. Ja, da drüben sind ein paar. Ja, die muss ich halt alleine töten jetzt. Aber sie sind ja nicht so gut, look. Schlechte Sachen. Schlechte Gegner. Aber der ist wenigstens ein bisschen intelligenter geworden, ist scheinbar, hä? Und wo geht er hin? Aber ich bin besser. Ah, da ist noch einer stecken geblieben, stimmt, ja. Ach, ich bin besser. Maximus. Aurelius. So. Chicken, Nuggets, Beef, Brot, Beinschutz, ist besser, 18, haben wir, gut, 10, 15, schön, schön, Dankeschön, jetzt können wir gleich noch zu Ambeeren und noch ein paar Leutchen holen, ja, zwei, also ich möchte gerne Sachen, ja, kann ich nicht verkaufen, gehen wir mal rein, schauen uns dieses Dorf, boah, ist das genial, das ist ja auch gut geschützt irgendwie, oder, ist ja Wahnsinn, ich habe tolle Bäume hier, schaut euch mal diese tollen Bäume an, die leuchten im Dunkeln, ja, ist eine große Schwäche an diesem Shader, es nervt schon fast, gewaltig, aber, naja, wir werden wahrscheinlich hier nicht das Dorf, sagt ein Ding, hä, Sonnenmist, Ok, gehen wir mal wieder hier rüber nach Jelbegi, Jelbegi Kessel, Da ist jetzt eine Jalsu drin, da ist auch noch eine Karawane, ja, mein Name ist Maximus Drago, Ich mache die Quests nicht mehr, ich bekomme Minus, ich möchte bei allen dürfen eine relativ gute Ding machen, haben, Reputation, Mache ich auch nicht mehr, ja, ich mache halt relativ wenig Quests, aber ich möchte ja eigentlich einer sein, der von Ort zu Ort geht und irgendwie, ja, halt die Turniere macht, oder sollen wir irgendwas anderes machen, wir könnten, was haben wir denn genommen, wir haben einfach Feldstärke und so bekommen, wir könnten ja wirklich Banditen ausröchern und so weiter, wir könnten aber auch irgendwas, also ein Dorf halt gut machen oder so weiter, keine Ahnung, was wir da machen sollen, das ist doch mal ein schönes Dorf, das bekomme ich niemals, das ist doch mal schön, sind alle schön, Tja, Tja, also, die Strohhüte, gehen wir mal nach Tier, Tournament, ja, eben, das Problem ist, wie müssen wir alles einstellen, machen wir nicht diesmal, noch nicht, weil die Turniere sind dann manchmal zu schwer, es gibt einfach zu schwere Leute. Also die haben mich auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad gewonheated. Also ja nicht ganz gewonheated. Okay, der ist Merchant und möchte gerne uns... Fünftausend und der kommt rein. Der redet zu viel. Und Loot verkaufen. Also wir haben wenig Geld. Wir haben ja wenig verloren gegen jemanden. Ich weiss es nicht, ihr wisst es wahrscheinlich besser. So, dann tun wir noch das verkaufen. Und die Nordschuhe. Dann das Beef. Chicken. Genau, und die anderen Sachen legen wir hier drüber. So, jetzt. Amo. Oh. Cool. Ich bin, ähm... Wie heisst er jetzt schon wieder? Wie heisst diese, die wir uns suchen müssen? In diesen Büchern. Walter. Genau, Walter. Ich bin Walter. Ich nehme diese Klamotten. Aber ich sehe schon lustig aus, irgendwie. Aber man kann sich halt nicht breiter und dicker machen. Ich kann zwar nicht gut Englisch, also nicht das, was ihr da schreibt, die blöden Mutter. Aber ich kann es schon lesen, wie es heissen soll. See you riders töten. Mach das Feld. Das heisst einfach andere Sachen, hä? Toyoposization mir nach. Das ist eigentlich, dass da drüben ist ein Baumstumpf. Das ist aber ein fetter Baumstumpf. Ja. Kommt, meine Schätzels. Mein Esel. Das ist ein Maultier. Ah. Kommt, meine Schätzelchen. Jetzt können die angreifen. Genau, da ist er. Ja, er stirbt natürlich so vor. Ah, das ist wieder zu Gute. Okay, ich muss mehr speichern, auf jeden Fall. Habe ich ja keine Chance wieder. Wie soll ich da gewinnen? Die sind viel zu böse. Hä? Toll, ey. Da gewinne ich ja nie. Nein, nehmt ihn doch weg. Ach, die Bö... Die Blöden, ey. Ja, das will ich nicht wissen. Mann, dieser Scheiß-Mod regt mich langsam auf. Fickt euch. Ja, ich meine, habe ich ein Level. Ja, ich habe schon Sachen verloren. Der Ding ist auch weg. Scheiße. Der ist immer noch weg. Ja, toll. Ich mache einfach mal weiter. Es regt mich einfach auf, dass die so gut equipped sind und ich nicht. Gegen wen soll ich dann kämpfen? Ich muss unbedingt im Level Up noch das Ding holen, hä? Also, ähm... Schädigung für... Ich kaufe die. Haha. Also, dann muss ich das mal kaputt... Also, verkaufen. Okay. Verkaufe ich mal den Bogen. Die Botkin Arrows. Habe ich immerhin noch ein bisschen Geld. Und jetzt muss ich schauen, was ich mache. Zuerst einmal muss ich irgendwie wieder an Geld kommen. Und zweitens, ich muss... Komm, wir folgen dem einfach mal, noch mal. Wir folgen dem einfach. Tun natürlich den Charakter. Stärken. Und zwar müssen wir auf Trainer. So, noch mal ein Trainer. Damit die Leute einfach stärkt werden. Sonst kann ich die nicht angreifen. Scheisse. Schon wieder eine Niederlage wegen diesen overpowereden Banditen. Was kann ich denn sonst machen? Ich werde jetzt den einfach folgen und dann in den Krieg gehen mit den Banditen. Und sie überhaupt einen Banditzen bekommen. Ja, das Turm im Moment ist natürlich fertig. Pech. Ich habe es einfach mal sein lassen. Komplette Jagd, diese. Irgendwo müssen doch diese sein. Aber die Leute machen immer noch nichts in der Strategiekarte. Wachek. Das ist doch in der Nähe. Das ist da drüben. Ja, wir müssen es versuchen. Haben wir noch Geld? Ja. Dann greifen wir doch noch irgendwo jemanden an. Aber nicht diese Banditen. Sargov Patrol. Looters. Looters sind die schlechten. Okay. Irgendwo sind nämlich die ganz Bösen, also die Captains, die generell, ja, einfach die Anführer der Bösen. Farwell. Farwell. Fahre schön. Da ist noch einer. Ist der das? Nee, der ist doch nicht der. $15! All你 numerous male. $5! $25! $25! ECK! $Q! $ 투! $25! $25! $90! $$! Ja, ja, halt die Schnauze. Tschüss. Der will mich natürlich zu den Nordsding, aber ich will noch nicht. Da sind Sea Riders, das Böse. Alburg Castle ist unter Siege. Also wahrscheinlich da. What? Haben sie sich auch? Ah, dann haben sie es wahrscheinlich aufgehört. So belagern. Ich schreibe, da ist niemand. Ich verstehe das gerade nicht so. Anmerkung. Letzte Botschaften. Ah, Alburgs nur länger unter Besiege, also ohne Belagerung. Also die Belagerung ist nicht mehr da. So, jetzt muss ich aber hoffen, dass Werchek, der noch in Werchek ist. Die Musik ist irgendwie cool. Also Riecher wird von den Nords angegriffen. Taverne. In der Taverne möchte ich gerne mal die Kenne aus alle. Halla, durch das Lava. Hier hast du noch eine Faust zu fressen. Die Fresse. Okay, gut. In der Kessel. Ja, das ist nur sie. Nur die Dame. Herthogi Iria. Ist das Iria? Da. Ah, Klo ist wach, jetzt sind wir ja. Ah, da, er ist einfach rausgegangen, diese Freche. Okay. Okay, eben nicht machen. Na gut, gehen wir nach Odasan. Ja, wir brauchen irgendwo die Banditen, einfach leichtere Banditen, nicht zu schwere. Da ist gar niemand. Komm, bitte noch eine Schlacht vor dem Badende. Also ihr seht, der Mod ist viel schwer. Da muss man richtig aufpassen. Ja. Hm. Hier ist niemand. Kann man irgendjemanden angreifen, bitte? Hier ist scheinbar auch nirgends wo jemanden. Hm. Ich möchte den ganzen General mal töten. Das wäre so genial. Also einer von den Banditen ist ein Anführ. Das war den Süden-Nord, das ist sehr gut, aber es ist der Monte war. Einer war ich ja nicht so gemag. Ja, hier kommen wieder die Steppenbanditen, deshalb gehen wir dort weg. Ja, dann müssen wir lieber hier zum Alburg-Kessel gehen und jetzt in der Hütte. Da sei noch verletzt, heimgekehrt. Das Dorf verletzt, das Dorf verletzt, möchte ich mal gerne schauen. Sieht sicher cool aus. Ja, sieht cool aus. Schön. Ziemlich schön, he? Aber scheinbar ist der Anführer ein bisschen weit weg. Keine Ahnung, wer der sein soll. Oh, diese... Was soll denn das sein? Kohlköpfe. Einfach nur Kohlköpfe, aber sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ach, da ist er, also. Vorne und dann links. Können wir die eigentlich bekommen? Okay. Ja, die wollen gar keine Aufträge. Die haben immer viel mehr lootenden Dinge. Also, ich möchte gerne... Oh, Schädigung für mit... ...reden. Ich nehme den, das Zeugs, weg. So. Welcher ist schöner der da rum? Da ist noch etwas anderes. Gut. Ja, sorry. Ich brauche das Zeugs. Nein, nein, ist einhändig. Schade. Oh, ist so genial. Die haben gute Sachen, ne? Ist ja heftigst. Also, jetzt haben wir sie halt ein bisschen schlechter gemacht, aber wir bei uns besser. Dann können wir uns hier noch... ...wollen wir noch speichern. Und jetzt machen wir mal ein paar Kämpfe noch, ne? Ein kleiner Kampf, bitte, als Schlussakt. Oh, das ist ja toll. Das ist ein 19. Ja, nehmen wir nicht. Ach komm, nehmen wir nicht. Nein, nehmen wir nicht. Geht zu lange. Ja, da können wir leider wahrscheinlich nichts mehr machen. Ich denke, ich werde dann einfach in der nächsten Part ein bisschen mehr Kämpfe machen. Gehen jetzt nach Sarfgott. Und machen wir das mit dem Ding, ne? Hä, wieso habe ich jetzt... Ich habe doch die Angst. Dankeschön, dass ihr so faul seid. Und er ist ganz grau. Wo haben wir noch? Ist fertig? Gut. Dankeschön, und jetzt haust ihr ab. Also jetzt sagt er uns noch, dass er abhauen muss. der Borja. Okay, der darf mitkommen, auch wenn ich 300 Euro sagen muss. Oder Dinaris. Ähm. Eine Schwertschwester. Also jetzt machen wir zuerst einmal Pause. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal, hä? Tschüss.